Ich verstehe, dass es nicht schmeckt. Ich verstehe, dass es nicht schmeckt. Ich verstehe es. Die Weine fängt sich gerade zu entziehen. Ich dachte, es hat sie nicht gesehen. Ich bin gespannt. Ich habe eine halbe Schuhe. Ich gehe mit ihr. Sehr sämtlich. Es ist die Weinschein aufgetaunt. Ich nehme das letzte Mal zu trinken. Ich sehe, es ist zu groß. Ich sp却 arrach, es ist ein bisschen gesch память in die opticalsteiger techik. Ich muss sagen, diese dasselbe. Ich liebe das quizzes. Ich verstehe, dass sie alle aufgetaunten müssen. Quand es vervelopz 않은Interviewer-ein geht, die wir 얼� graves glauben verloren. Das ist nicht so, dass sie sich nicht soーン, aber ich bin ein bisschen wie es genommen gesprochen hat. Wir kaufen jetzt doch nichts mehr. Und dann kam der Doktor, die sind dort beschast, die sind dort gekippt und die kippsen, die neue Leine, neue Leichen und die Hand gefahren. Der Doktor hat schon gesehen, als er so zu drücken ist, hat er alarmiert in der Kaspertur. Und dort, der zweite Amnit, die kommen dann zu machen, mit dem Doktor hier. Und dann kam mit der Petra, das sind dort vier in der Medizierung, die gehen auf den dritten Stand. Und dann gesehen, als man kennt sie nicht so viel, wie ein Duffer Platz ist. Das ist gut, der Fall. Und dann gesehen, die Arbeit. Das ist schön, als wir gesehen, als der Matze, was nicht so, wie vor ich nicht. Ich habe zehn, 15 Meter gehabt. Und dann haben wir den Puls, haben wir so gehört, dass es zurückgehabt. Und dann haben wir so gehört, dass es schon, dass es schon, dass es schon noch einmal ist, dass es nicht so. Und dann haben wir so ungefähr den ICU, oder so. Die Maschinen, was man dort sieht, haben wir da, wo wir dann auch noch. Wie war das? Die Maschinen, was ist es zu々. Wie macht es ein Ventilator? Was? Die Maschinen, was ich es erklärt? Ja, ich glaube, ich kann es auch was. Warum, ich will es nicht? Das ist die Maschinen. Wie war das Problem? Ich hab das Problem, was es zu koberfl티kt, weil das ist das Ventilator, was der Bewillig. Wie macht es das, was das? Ja, ja. So läuft. Ich habe hier nachgefahren. Jede Pursche haben sie noch einmal. Ich habe es nicht geklopft. Ich weiß es nicht, das ist nicht. Leid, dass ich es nicht gehabt habe. Jetzt haben wir nachdem schon zwei Jahre. Dann haben wir so etwas gesteppelisiert, was das meint. Ich hoffe, ich bin im Platz. Ich habe zwei Sachen geteilt, wo es das stil ist. Ich habe die Erachtung mit dem Ziegen. Ich habe bereits gewiss, das ist ein bisschen. Ich kann es nicht ein bisschen ein bisschen. Es bleibt aber so. Es ist stable. Man kann es halten. Man kann es halten. Man kann es nicht mehr machen. Man kann es nicht mehr machen. So machen wir nicht mehr. So machen wir nicht mehr. Ich habe zwei Sachen getrieben, um zu zerstieren. Von einer Seite habe ich noch gesehen. Ich würde in der Masse nicht so sehen. Von der anderen Seite habe ich noch was vorgeräumt. Ich habe noch nicht mehr so gesehen. Ich bin nicht blau verratzt. Ich bin bei den größeren Sachen. Wenn ich einen Orten mache, f rhetorischere, wenn ich einen Schöne mal aufvehnte, dann mache ich noch keine Angst. Wenn ich sie nicht. Ich fühle mich hier hinten. Es bräuchte mich an. Ich habe noch eine Geräusche mit einem kleinen Schöne. Aber ich tischte mich an. Ich habe alle Geräusche geschickt. Der Geräusche mit mir das Geräusche. Ich habe die Geräusche. Mein Mann, Tochter, geblieben. Weißen, alle gekümmelt, bei was ach es. Ich hab's schon nicht gedacht. Ich hab's schon gewusst. Weiß nicht. Weiß nicht. Schade, was er weiß. Die Verlust, die Verlust, die Verlust, die Verlust. Man kann spekulieren, was er ist. Ich hab's schon gesagt. Ich habe's nicht gedacht. Wir sind nicht los. Ich hab's nicht losgegangen. Ich hab's nicht losgegangen. Ich hab's nicht losgegangen. Ich hab's nicht losgegangen. Das ist ein Gesicht. Das ist das, was er ist. Ich bin ein Ehrlicher. Ja, ich schreibe meine Freunde. Ich kenne es immer für die Ehrsache. Alle und alle Ehrsache. Ich kenne es wenigstens. Wem ist doch für die Ehrsache. Der Geist haben wir auch gewissermaßen gestern. Sie ist ein sehr südischer Ehrer. Ich bin ein sehr südischer Ehrer. Hier ist kein Ährer Regimein. Ich habe gehört in meinem Reim. Achein-Bellejesternberg. Das ist ein schweres Breden. Das habe ich gekannt. Er war in der Nähe von Achein. Nein, beim Taten auch? Ja, ich habe gesagt. Er hat sich nicht geholfen. Er hat mir geholfen. Er hat mich bekommen. Er hatte mich geholfen und so etwas. Er hatte mich mit den Entschieden. Ich gewinne es damals, als Kind, ein kleines Kind, ich habe auch immer mitgemacht. Ich habe mich sehr gefreut, ich habe mir mal passiert, dass ich nicht weiß, 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 dass ich nicht weiß. Ich weiss, wen die es genommen hat. Dann habe ich gesagt, oh, bin ich verweid? Ich mag ich kennen, okay. Ab dem 8.4 ist er meinetle, ich weiss, was 8.5 ist, bin ich gelesen. Ich weisse, du du ein Mann, ich habe mich gelesen. Ich habe dir gelesen. So, dir, ich habe das. Was ich ause, wie eine Größe, als ich um mich hängt. Ein Röner dem wir an, ich habe immer geschrieben, ich weiss, das ist nur der Zweite. Was ist das denn sonst? Ich schreibe mir schon mal einen Blick hier. Zwei Gerichten. Zwei Gerichten. Zwei Gerichten. Wer ist das denn? Ich kann mir nur einen Geraden finden. Aber es ist gut interessant, Schmati. Es ist wirklich ein Gericht. Ja, es ist ein Gericht. Er hat es noch gehört. Er hat es noch geführt. Machst du es? Aber noch Sachen. Ich zeige mir, und die Genie ist so. Ja. Der hat es solche zu lernen. Es tut der Korl, es lehnt gegen uns. Der gehört doch. Es ist ein Gericht. Das ist ein Gericht. Schmau. Ja. Das ist ein Gericht. Ein Gericht. Ein Gericht. Das ist Idee. Das ist eine Arbeit. Das ist ein Gericht auf dem Tod. Das� Eddie. Nein, das ist ein Gericht. Gericht. Wir fuhren einmal auf der Jostadt. Du hast gesehen, in dem Morgen war ich im Großen der Stuhl. Ich kriege den Bus. Den Bus darf ich mich gesegnen. Er hat sich gesehen, dass er nicht mehr im Stein herrschte. Und sie, die Hälfte ausgespalten. Dann bekommst du den Morgen. Dann will ich, wenn man den Wuch ist, dann bist du bereit. Wow, wow. Ja, ich bin gerade grüßt. Ich bin gerade grüßt. Ich bin gerade grüßt. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich habe nichts zu tun. Aber er hat sich aufgewachsen. Ich bin nicht alleine. Ich fahre so auf. Ich bin gerade am besten. Es ist wie ein kleiner Maidl. Sonst habe ich gespielt. Wir sehen, wie man im vierten Hof hier im Stil verzirbt. Ich habe keine Kiste, sondern fies an das Maidl. So habe ich gesagt. So habe ich gewusst, dass ich ein kleiner Maidl an das Maidl. Ich bin im Kiste und in die Kiste. Das war nicht gespielt. Ich habe nicht gespielt. Das war einfach pur. Das war schwer für mich. Ich war ganz im Tisch. Auf der Zeit, wir waren geissens ab. Aber das war nicht schwer für mich. Aber was war ganz im Tätsel. Das war schwer, ich war doch doch. Er hat sich gerätert. Er hat geboren und er hat sich in der Schule. Er hat Freude und hat ihn gehalten, dann hat er die Mama mit der Baben gesprochen. Die Schwäne, die Mama hat uns ausgegangen und hat uns ein bisschen gefreut. Aber sie sind gefahren auf Jürgen, sie sind gewachsen und krass. Später die Baben, sie sind wirklich gefahren. Sie wollten die Tochter nicht mehr, die Tochter nicht mehr sein, aber sie sind schon bewusst. Sie wollten sich ein bisschen lang und schnell stabilisieren. Der Baben zu vorne, die sich zurückgezogen hat. Sie haben eine Ruhe aufgestanden, die sich in der Zeit gestanden. Sie haben eine Vernehmung. Sie haben zugekickt, sie haben einen Faden geputiert, einen Faden in der Nase. Sie haben die Ruhe gefällt. Sie haben eine Ruhe zurückgezogen. Sie haben eine Ruhe und er hat die Tochter auch drei Kinder. Die Ich bin ein Angesehener Mensch. Ich bin aufgewachsen. Ich hatte eine Ehre. Ich krieg mir Zeit. Ich tanzte schon eine Woche. Ich konnte mich zuerst jede Nacht. Ich hatte wie eine kleine Mädel. Ich bin acht Jahre alt. Ich bin aufgestanden über Nacht. Ich bin jetzt hierher und der Tate sitzt. Und weint. Ich mache den Schock. Ich habe die zweite Tate mit mir gedacht, das ist ein Geschenk. Der Mann hat gesagt, die Tate ist jetzt ein Spalm. Oder Twillen. So eine Tate ist auch gewachsen. Der Kopf ist schon die Garde Geschäfte. Das heißt es. Wenn der Tate einfach die Geschäfte. Wenn er vermacht, weiss er nicht. Also er hat verdient auf den Zug. Eins, zwei, drei und vier. Das ist also die Geschäfte Schock. Der Kopf ist nicht zu spät, aber das ist das. Deswegen wird es anschauen. Er ist kein Leben, ein Kind für ein Kind. Er ist ein Geschenk. Er ist ein Kind. Aber das ist auch ein Kind. Ich bin noch ein Kind. Er ist aber nicht so. Aber wir haben uns heute hier und wir haben uns dann leid, es wäre eine Kälte für mich. Ich habe immer wieder auf den Sonnen. Wir waren da inne. Aber wo wir gewesen sind ist, da sind wir ein bisschen erschienen. Das ist Ihr zu verdanken, die Einigung gekännt ist. Das ist Ihr zues. Ich veranuse es mir an, was ich nicht kenne. Ich kenne doch, dass ich mit denen zum Tisch stehe. Die Sachen, die ich doch geraten habe, und das Sieg ist auf die Hand, ich habe wirklich noch eine Frage, und so habe ich keine Sachen gemacht. Die ganze Schule. Das ist eine andere Sache. Das war's für heute. Dann haben wir mehr oder mehr machen. – Wir haben hier einen Schwer für den Laufhund, denn wir haben uns schon Zeit. – Ja, das kann man mitweiden. – Wir haben uns das gemacht, und es hat viele Leute, die sie sehr nachdenkt. Sie erinnern mir, ihnen das Baby. – Das war der Laufhund, die wir anziehen, Sie als singen, Sie als sound. In der Tat hat man auch gedroht. In der Spanische Verbindung. Ja, der Langer ist. Er hat gerade gesagt, ich habe ihn in der Palme gesagt. Ach so? Ja. Ich weiß nicht, dass er gerade an mich ist, dass ich meine Strukturen in Prozenburg als Mann zwei gelehrt habe. Ich hab noch mal eine Schuhe von dem Vater. Ich hab gespürt, dass ich ein Kettnuchlose von der Weltkrieg gemacht habe. Ja, ich hab mich schon verfallen. Nach 30 Uhr hier haben wir ein bisschen. Dann haben wir einen da fressen. Ja, das ist leicht. Hier können wir es auch nicht mehr machen. Hier im schnellsten nehmen wir das. Ein bisschen. Aber ich hab mir gesagt, dass es ein Kettnuchlose hat. Ja, das reinste man. Der Typ sagt, es wäre gut. Der Kettnuchlose hat die Stadtkirchen. Es ist eine Schwung, eineская Wahl, eine Schwung, eine große Flusskirche und eine große Starnowel. Und es ist keine Schwung. Es gibt diese Plätze. Es gibt diese Plätze, weil man die Wind fährt. Das ist ein bisschen schön. Es ist schön, aber es ist schön. Es ist schön. Es ist schön und es ist schön. Es ist schön. Es ist schön, wenn wir die Plätze nicht mehr in den Schweden. Es ist schön. Die Menschen sagen, das ist eine große Sache, die die wichtigsten Dinge, die das offen ist, die offen ist. Also sie sind ein Schiff. Das ist etwas anders. Sie haben gesagt, dass wir die Menschen in der Himmel nicht schützen wollen. Es ist eine große Herausforderung. Wenn sie sich immer wieder in der Zeit aufhören, dass sie damit sind, dass sie eine große Herausforderung haben. Ich habe den Weiz. Aber es ist ein kassierer, ich habe den Weiz. Sie müssten auch mit den Weiz. Es ist nicht zufrieden, denn ich habe den Weiz. Ich bin der Weiz. Wenn ich meine Mutter, dann wird sie eine Weiz überschlohen. Die Weiz haben die Weiz. Ich habe den Weiz. Ich habe die Weiz. Ich bin der Weiz. Vielen Dank. Vielen Dank.